Willkommen in die Hirsche-Kellerei in Osterfingen. Osterfingen liegt im südlichsten Zipfel vom Schaffhauser Kleckau. Wir bewirtschaften 4,5 Hektar Reben mit neun verschiedenen Traubensorten. Das Weinhaus zum Hirschen besteht seit 1748. Die Eltern haben es 1948, genau 200 Jahre später. Und seitdem sind wir Familie Reichli, die Trauben verarbeitet. Und das in 14 verschiedenen Sorten. Dann natürlich die Pflege. Wir haben eine sehr gute Kundschaft. Das Cuvée Himmelreich ist ein weisser Cuvée mit zwei verschiedenen Traubensorten. Das ist Sauvignon Blanc und Chardonnay. Das ist ein exotischer, fruchtiger Sommerwein. Der Himmelreich passt sehr gut zu Spageln, zu Melonen, zu exotischen Früchten, zu Dessert, aber auch zu einem guten Apéro. Das ist Sauvignon Blanc. 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 Das ist Sauvignon Blanc.